1.504 Euro Mindestrente. Rentenreform gegen die Altersarmut. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. 1.504 Euro Mindestrente, ein Traum für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. In Belgien ist das kein Traum, sondern Realität. Ab dem 01.01.2024 tritt in Belgien eine Rentenreform in Kraft. Arbeit soll besser belohnt werden. Eine volle Mindestrente von aktuell 1.504 Euro ist aber erst ab einer vollen Erwerbszeit von 45 Jahren möglich. Der generelle Einstieg in eine Mindestrente ist schon ab 20 Jahren Anwartschaftszeiten inklusive Kindererziehungs- und Pflegezeiten möglich. Wer höhere Rentenansprüche als die Mindestrente hat, erhält natürlich die höheren Rentenansprüche ausgezahlt. Das ist ganz klar. In Deutschland gibt es keine Mindestrente im Sinne eines gesetzlich festgelegten Mindestzahlbetrags an einer Rente, egal was man dann eingezahlt hat in die Rentenkasse oder nicht. Sondern es gibt die Grundrente und Mindestentgeltpunkte bei Beschäftigung mit geringen Arbeitseinkommen. Im Durchschnitt beträgt der Rentenzahlbetrag in Deutschland bei versicherten Renten 988 Euro netto. Das sind die Rentenzahlleistungen von 19 Millionen Renten aus versicherten Renten im Durchschnitt zusammengefasst. Diese 988 Euro sind weit entfernt von einer Mindestrente aus Belgien in Höhe von 1.504 Euro. Schutz vor Altersarmut sieht in Belgien effektiv anders aus als in Deutschland. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.